Musik 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 Einmal durch die großen italienische Speisekarte. Bei Fischfleisch und über 50 Fichterkreationen ist sicher für jeden Gaumen etwas mit dabei. Unser Fazit, das Ristorante Dragone Junior in Göttingen in der Wellenbürger Straße braucht. Übrigens, in den Biergarten gibt es direkt über die Harzburger Straße. Jetzt gibt es eine Zolle, die Preissicherheit, nur solange das Vorrat reicht. Alle Infos ist die Göttingen. Jetzt bin ich ruhig von der Hand schicken. Mhm. Haha, vale! Blank, eh? Blank, eh? Ja, ich bin ja.